Eigentlich ganz normal, dass wir täglich Weisungen aus dem Kanzleramt und dem NATO-Hauptquartier bekommen. Wir sind die transatlantische Lügenpresse. Es ist keinem fällt auf wie gesteuert. Wir berichten und machen mit Absicht Fehler. Und natürlich werden wir auch weiterhin schroffend aggressiv berichten. Seien Sie gewiss, wir jubeln Ihnen Meinung unter, offen und zwischen den Zeilen. Wir wollen nicht informieren. Wir wollen missionieren. Eigentlich ganz normal. Wir sind keine Journalisten. Und am wichtigsten, wir sind Lügner.